Moin, Ulf hier. Ja, kurzer Hinweis, der neue Fabcast ist draußen. Ihr könnt ihn wie immer bei dem Högi auf YouTube finden oder auf Spotify. Die Links haue ich in die Videobeschreibung rein. Ansonsten lasst ein Like und kommi da. Und ich habe nochmal einen kleinen Teaser im Hintergrund für einen tollen Cinematic Squad Trailer, den ich machen werde, der irgendwann rauskommen wird und viel Arbeit frisst. Bis dahin, adios, ciao, ciao.